Hallo, und ich bin ganz zurück zu The Tiki of Aids. Ja, wir suchen diesen verschallenen Tiki, der uns weiterhelfen soll. Und ja. Mal gucken, wie es aussieht, damit es besser aussieht. Jetzt sieht man es besser. Ja, erstmal alles. Guck, da ist eine andere Hand. Ich kann es einfach nur durch, mir kann es nicht immer durchrennen. Ich kenne das Spiel ja so gut wie bei all meinen Freunden, die mir das mal erzählt hat. Ein bisschen... Fliegs, Fliegs, Byron, ähm, lol, wie sieht... Das sieht aus wie mein Bruder. Ah, okay, warte, was auf mir ist, oh Gott. Alter, nee, oder? Jetzt wollte ich mich doch verarschen. Ah, nee, ich will nicht kämpfen. Oder doch, komm. Diesmal werde ich machen. Diesmal kämpfe ich. Arschloch, Alter. Schnell weg. Muckst auf. Ach, schnell, diese fucking Hexe. Wie die mich gar aufregen... Jetzt nicht. Hab kein Gott gekämpft, Alter. Stopp, ich muss... Nee, ich muss hier nicht rum. Oder wo lang muss ich? Ah, lol. Jetzt kann ich mal in so ein Tor rein. Hallo? Ich kann auch in so ein Tor. Ach. Schrotte. Jetzt war alles kaputt noch, Alter. Okay, ja. Wir haben diesen verschollenen Tiki da gefunden. Ja, Mann. Wenn wir es am besten können. Ist das... Nee, das... Ja, das ist dieser. Ja, bleib nur. Interessiert mich nicht. Wir sind noch geschlossen. Haben es gepackt. Pff. Okay. Jetzt haben wir diesen Keller auf an Bord, oder? Ja, das ist an Bord. Na ja, ich stehe nicht so auf Fragen. Also, dann bis nächstes Mal zum... Ich guck mal, was ihr euch erst nächstes Mal bei mir anschaut. Jetzt zieht euch mal richtig rein. Tiki Insel... Fundbüro. Ja. Okay, dann. Ciao.